Wir haben erfahren, Herr Professor, dass es in Ihrer nächsten Ausstellung ein ganz besonderes Gemälde gibt. Es soll sich um ein neu entdecktes Werk von Van Dijk handeln. Die Dame aus Genua. Hier sehen Sie das Bild, wie es Van Dijk gemalt hat. Ich habe einen ganz komischen Verdacht. Ich glaube, dass die Dame aus Genua eine Feldschule ist.